Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Frisch Descendant. Wir hätten Landung. So, da geht's. Ja. Wo denn? Ach, wen? Was ist denn, die Schmeiß? Guten Tag, Hans-Pierre. Geht's? Oh, gewickt. Ah, nein! Was? Fick, was? Ah! Gefällt mir Gott. Haben Sie die Fettinatplätze geschlagen? Du bist jetzt mal still hier. Du bist ja hier auf den Hex. Die Fettinatplätze geschlagen wurde, aber nicht genug, Fettinatplätze. Du musst mal hin, du musst mal hin, nein! Nein, also wie viel sind denn das hier noch? Ja, ja, ich weiß doch. Ich bin doch schon auf den Kurs, bis du mir ein bisschen Schild bekommst. Rein, bitte. Ah, scheiße. Ja, genau. Ich starte natürlich im Feuer. Ruhe, da hinten. Mit dem Beeren blitzen. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So fühlt es mal ein bisschen ab. Nee, 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 nee. Ja, halt doch mal die Karte hier. Okay. Ich will nicht mit dem Spielen. Wart sie mich dran. Ja, 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 weil Leise ist schon ein Teil. Bin doch schon am Aachen. Bis dein Schild wieder hochkommt. Warum kann ich die Zeit nicht einsetzen? Ja, bitteschön. Das muss ich hier ein bisschen taktieren. Nein, fuck. Wenn ich beim ersten Mal zu oft gestorben bin. Scheiße. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Also die Waffe ist immer noch geil. Muss ich schon sagen. So, los geht's. Ja, ja. Alles gut. Jetzt geht's noch. Das ist doch gar nicht. Komm, lass mich laufen. Meine Schilder ist eingeldecken. Mein Schilder ist eingeldecken. Ich kann mich nicht verraten. Meine Schilder ist eingeldecken. Mein Schilder ist eingeldecken. Mann, hör auf damit! Das geht nur auf den Sack, ey! So, wir gehen hier. Was klar war. Hä, ist er denn da gegen, da ist die denn da gegen, da ist überhaupt nichts, da ist nichts gegen die Wand. Ich bin da hinten. Sehr gut. Ja, das hat alles an. Jetzt muss man da kommen. Na gut. Was hat es da? Nicht verstanden. Schon wieder so ein großer. Das ist doch Schachsinn. Ah, nein, das ist mein Fettfinger. Boah. Nein. Das ist Ruhe da hinten. Gut. Nein, Güte. Gut. 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 Gut, da nein, da bin ich drauf. nhưng anstelle, das ist das. Wo denn nur? Da oben. Noch jemand? Nee. Wollen die zwei hin? Das ist auch noch nicht so genau. Knolzer. Jetzt willst du mir erzählen, dass du auch intelligent geworden bist und dem Scheiß ausbreichst oder was? Hm. Ich hab zwar auch vorgedrückt, aber ist egal. Oh, das ist gut. Oh, oh. Sehr schön. Das macht nix. Das ist nämlich jetzt auch dauernd. Was bist du denn? Das ist der Scheiß-Schildtrieb. Aber die gehen mir auf den Sack, ey. Die sind die Schlimmsten von allen. Oh, fuck. Ich bin nebengeschrungen. Uh. Sehr gut. Und schon mal die Klappe halten. Und schon mal die Klappe halten. Und das müssen wir jetzt noch verteidigen. Was? Ich bin nebengeschrungen. Jetzt kann ich mich mal hin. aus. Die sind her. Das war's für heute. ahhh Schenke i need help now hihihi Ich bin ein guter Mann. Ich glaube, das ist ein schweres Mann. Ich bin ein guter Mann. Ich hätte es nicht nur meinen Reis. Aber... Ich bin ein wachsender Mann. Bist du hier? Ach, läpp mich doch. Ich muss mal ganz kurz da weg. Ach, schöne Scheiße. Alter. Alter. Ach, schütze. Neli. Ach, läpp mich. Warum hat er das nicht gezündet? Mann! Geck mich, ey! Wie? Seid so? Oh, lad nach! Komm schon, halt um! Das ist nicht deine Angst! Junge! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich hasse es! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es!